Hallo und willkommen zu heutigen Skyfactory 3 mit dem Dorne und dem Floh. Warum schau dir einen nach hinten? Hallo, Halli, hallo. Achso, ihr habt auf F5 gedrückt, ne? Ja, ooooh. Verdammt. So, ganz kurze Info, wir haben... Ja, es kommt damit nichts raus. Den musst du mit einer Krug abbauen. Japp. Loll. Also, was ich kurz sagen wollte. Ich hab, also wir alle, haben ein Texture Pack ein bisschen umgeändert. Da sehen wir die Blöcke und ich glaube, das ist ein bisschen verpackt, weil die Versionen nicht so gut zusammenpassen. Also hat sich jetzt ein bisschen umgeändert. Auch die komischen Blätter sind jetzt weg. Und vorhin? Weißt du noch? Ja. Die sind auch weg. Das war doof. So. Jetzt sind sie weg. Okay. Jetzt kann man hier einmal abbauen, alles weg. So. Ich hoffe, dass nicht gleich irgendwas bauen, töten und so. Nee. LOL. Wer war's? Nicht. So, und da sind wir wieder und der Flo ist schuld gewesen. Wir haben jetzt ausnahmsweise das Zeug von unten mal wieder hochgeholt, weil die Grabschleiter waren ja da unten und auch die Insel wieder hingebaut, weil das ist ein bisschen blöd direkt am Anfang. Ich meine, gut, lieber am Anfang, als dass du später die komplette Insel wegbaust. Na, das überleg ich mir mal. Ich würd sagen, wir machen dann irgendwann auch mal, immer mal ein bisschen Koppel dazwischen und dann wieder ein bisschen Holz und... So als... Nee. So als Sicherheit. Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. So als Florians Sicherung? Okay, wir machen's doch. Hehehehe. Hehehehe. Zudem kann man nicht die Luft abbauen oder so. Ja. Warte, ich probier's mal. Geht nicht. Geht nicht. Die Luft bleibt leider da. Ja, ich bau dir wieder alles ab. Ist das ein Sieb? Ja. Der ist bei mir irgendwie mittig, so ohne irgendwas. Ja, ist es ja auch noch nicht. Muss ich das noch bauen. So. Das ist da nicht drin. Nein. Hab ich doch gesagt. Ach so. Ja gut, wir haben dir nicht zugehört. Ich hab das nicht ganz gehabt. Ich meinte, du meinst irgendwas anderes. Verstehst du? Da gibt's halt auch verschiedene Stufen. Da kannst du nur noch mit Eisen machen und blablablab und ne. Ähm, Dorne, mach du am besten bei deinen Bäumen weiter, weil wir brauchen noch viel mehr Erde. Okay. Man hört das nicht so abklicken. Ich weiß, ich weiß ja grad nicht. Ich finde, kann man überlegen. Gibt's auch noch, gibt's auch noch Bäume, die noch mehr Grün drumrum haben? Mh. 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 Weiß noch. Also, äh. Ne, ich glaube nicht. Ja gut, ich glaub, es wird halt beim besten sein, wenn wir das, ähm, das Oog behalten. Okay. Mh. 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 eigentlich und der im amerikanischen er will auch bauen man die 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 berührende eventuell abdecken er brauche welche mit wasser ja es war auch schön das ist das die ganze ressourcen sind da schon mal drunter wir sind ja doch relativ fix das große sie bauen ich stelle hier mal welche hin mit für wasser ja dann müssen wir die anderen abdecken ja und da die decke ich jetzt noch ab heavy oak sieve ok irgendwie haben wir Sticks und Planks Prozent doch nicht immer nur ganzes Holz er ja so viel brauche ich nicht ja ja brauche ich irgendwie zu essen oder ist es weil ich so schwer arbeite Prozent ja durch die durch das durch das Wien meiner oder so viel essen das ist normal da hast du mir viel gegeben da gibt man noch Sticks so doch gut abgedeckt wenigstens es ist alles so nötig gefallen alles ja du darfst aber und musst aber schauen dass du das da wo es rein regnen soll musst du aber freilassen ja das sind die hier am rand okay so haben wir genug gebannt so ähm dann haben wir das und das ich denke das ist gar nicht aber ich hab nix Vorsicht die und ich ah da brauche ich jetzt die ganze Kiste ab ne ok also rein theoretisch wir haben hier jetzt ähm Kohle das heißt wir können noch äh wir können noch Fackeln bauen ok gut das heißt rein theoretisch kannst du dann die Insel noch ein bisschen größer bauen ok 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 wenns du möchtest ne maus ich hab gerade so viel ah je schau aber doch muss die Erde äh ganz weit weg so die Erde meinst du äh ja was hast du jetzt gesucht wollte wieder was zum abbauen hehehe ne ich dachte du meinst um uns wieder in den Tod zu stürzen oder das? ah hm ja ne ja ja nicht nur euch ja mich ja auch also Gleichberechtigung für alle ah ok interessant ja wenn ich euch in den Tod stürze kann ich ja mich auch einer war nicht ja doof das wäre noch gewesen wenn ihr irgendwo drauf gestanden wäre und nur wieder rutsch gegangen wäre ja das wäre es gewesen Alter und dann sind überhaupt fallt ihr alle da runter? guten Flug ups das wollte ich nicht das wäre aber gut in meine Aufnahme gekommen ja sehr gut bei uns ja auch so was machst du eigentlich? ich? ich siebe ja warum machst du das so kompliziert? äh warum? ich habe gerade ein großes Sieb gebaut da kannst du die zu einem neunerblock zusammen craften dann kannst du neun mit einmal sieben echt? ja nein können wir die jetzt braten hier eigentlich die Würmer? ähm wir müssen ja die Würmer kannst du braten warte mal ich muss jetzt erstmal nur ein paar Steine machen dann mache ich uns nämlich mal ähm so einen Juicer dann können wir nämlich ähm die Äpfel mal zu Saft machen Steffze ok wo ist da? oh ich habe einen Dschungelsetzing wo ist da? so hat der äh Karottensamen, Potato Samen und Gras Samen einfach einen normalen Stein und eine Druckplatte oder was? ja der muss aber gebacken werden ne der Stein oder? ja mach mal so ok Cola haben eigentlich genug drei Steine backen drei Steine backen komm schon ran komm schon der Stimmth Hehehehehehe pięh fünf Leute werden jetzt bestimmt runter gefallen meinst du? ja 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 ich nenne aber keine Namen ich muss sagen ich habe das ja schon ein bisschen im Singleplayer gespielt so das ist ja aber war ich ungefähr so weit wie wir jetzt sind das geht wenn man zusammen spielt um einiges schneller ja außer man stürzt immer wieder runter das wollte ich jetzt aber nicht das war eine fehlfunktion meines die hier ist ja so übereinander ist er untereinander der ist übereinander ich gebe dir meine äpfel oder auch welche ja ich gebe ihnen was hier war mal einmal dauerne oh ich sei gerade ausgemissen ja teile mal in 15 und 6 waren gar nicht 15 für jeden sowieso schon einerseits du dich kriegst weil du so um dich aussiehst du brauchst eh mehr weil du machst das holz ich bin der holzfäller so holzfäller bern oder so was ist mit dem schlöden baum hier alter das war eine um so wieder runterwerfen kann kein kommentar nicht ich hab mich da raus jetzt ich gehe jetzt nicht mehr weiter drauf ein so kann man es auch sagen genug stress an der bugge jetzt zack wieder so verdächtig angehört was du da durchgeballert hast ja genau ich schon wollte so auch vorhin sagen er passt auf ja ich hab doch auch gut aufgemacht oder ja 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 kein problem ja so jetzt unterstellt mir hier nicht ich würde nicht aufpassen das ist ja gut mach den stress mach den stress habe ich denn hier also jetzt haben wir schon vier mal aluminium drei mal kupfer fünf mal eisen also als stück heißen von woher ist denn baum grad bekommen von der werden akazia sieht habe ich auch nein schon mit sieht habe ich auch damit aber damit hat so gut damit hat so groß ist scheiße aber akazier was ist das abwesendlich ein akazier dass ich würde mich hier hin das sieht so aus das ist wenn ich ab dem arzt der ergen der in er in der taten das letzte mal was ich mein kreis was ist mein kreis passiert doch mal wenn man die eine tatsche in einem bauter passiert auch nichts mehr bis das genutzt also noch 40 das man wie ein soziierung und derzeit ja ich hab die ab jetzt gerade zwei in die kiste gemacht und habt ihr noch schalte wo er ist und sich und schütteln übrigens 20 was und lakost links habe ich gesagt kann mal was wichtig ist ja das ganze graffel haben wir schon mal das ist schon mal ganz gut kann man dann später auch mal ein bisschen felder wirtschaften solche schätze machen problem ist halt wir brauchen halt irgendwann dann auch ja ja kommt jetzt so genau klar ja mit so was macht man keine scherze wenn der mensch meinten äh chris du hast doch so ein hammer ja hier kommt schon wieder keine dings mehr ich weiß schon was ich mache die kleine hält ja echt nix aus ne die sind ganz sehr kaputt gut aber ich würde mal sagen wenn es euch gefallen hat dann ein Däumchen nach oben und wir sind uns im nächsten Bad wieder bis dahin tschüss aaaah tschüss tschüss